Das ist echt eine beschissene Frage. Musik Na, wie sind Rocco und seine Brüder? Ja, wir machen halt Kunst. Im Endeffekt existiert Kunst ja nur im Kontext. Die Erfahrung und die Lebenswelt von den Künstlern, die spielen irgendwie in den Produkten rein, die sie machen. Und bei uns ist halt der urbane Raum. Wir annektieren diesen Raum und laden ihn halt mit neuer Bedeutung auf. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir lieben die U-Bahn. Wo sich arm und reich, klein und groß, jung und alt, jegliche Religionen oder Schichten quasi treffen und im Austausch sich befinden, welcher Ort kann denn besser sein für so eine sozialkritische Kunst, wie wir sie machen. Dadurch, dass halt ein Großteil des Lebens sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln abspielt, ist da natürlich auch ein Großteil der ganzen Überwachungstechnik da installiert, weil da jeder vorbeikommt. Die Leute sind nicht sicherer nur deswegen, weil überall gefilmt wird. Und solange die Leute noch in die U-Bahn reinsteigen können und da 40 Kameras anschrauben, obwohl alles überwacht ist, bleibt es ja vielleicht fraglich, ob das alles so Sinn macht. Der Mensch stört sich heutzutage nicht mehr überwacht zu werden. Und das ist das Traurige. Das ist das U-Bahn-Zimmer, das war ja quasi unser Erstlingswerk. Aus dem Ganzen war das halt eine Aktion, wo wir sehr viel Material von A nach B geschafft werden musste, auf dem nicht dem einfachsten Weg. Und dann unter den Bedingungen da, dieses Zimmer aufzubauen und alles, das halt einfach ein relativ grusler und lustig harkt. Auffällig ist unauffällig. Das ist das Zauberwort bei so einer Aktion. Das U-Bahn-Zimmer, das war eigentlich eher so als Sozialexperiment mit dem Boulevard eine Hauptrolle geplant. 18 Uhr waren diese Fotos in der Mailbox von BILD, BZ und Kurier. 23.30 Uhr war es in den Online-Ausgaben zu lesen und am nächsten Tag waren die Printmedien voll davon. 24.30 Uhr Für uns gibt es nur diesen Weg. Ich meine, wir könnten uns jetzt irgendwie an Speakers Corner stellen und große Reden schwingen, aber das würde auch nichts bringen. Und da versuchen wir es halt auch auf diesem Weg. Und man benutzt halt dann irgendwann die Medien als Sprachrohr. Und auf einmal reden die Leute darüber. Auf einmal geht das Ding durch die ganze Welt. Ich meine, du baust ein Zimmer, einen U-Bahn-Tunnel und die ganze Welt redet darüber. 24.30 Uhr 25.30 Uhr Wir wollen halt irgendwie rausgehen und es den Leuten in die Fresse geben. Aber im positiven Sinne. Und uns reicht, wenn Leute, die daran vorbeigehen, sich auch nur eine Minute Gedanken darüber machen. Nur eine Minute darüber nachdenken, das reicht uns völlig. Mal sehen, was kommt. Wir haben viel vor, wir haben viel in den Köpfen. Warum sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist? Keine Ahnung. Ne, jetzt nimm mal raus. Das klingt scheiße.